Bevor wir mit dem Kurs loslegen, möchte ich mit Ihnen besprechen, was Sie von diesem Kurs erwarten dürfen und was eben nicht in diesem Kurs thematisiert wird. Wir werden uns intensiv über die Active Directory Migration unterhalten. Die Serverbetriebssysteme können sein Standard Edition, Enterprise Edition oder Data Center. Das bedeutet also, wir werden uns nicht über Windows Small Business Server Versionen unterhalten. Das ist nicht der Fokus von diesem Kurs. Wir werden auch nicht miteinander die Benutzerverwaltung anschauen oder gemeinsam Freigaben erstellen oder uns über Berechtigungen unterhalten. Der Umgang mit der PowerShell sollte Ihnen geläufig sein. Wenn ich zum Beispiel sage, ich verwende jetzt ein Command Lab, dass Sie wissen, dass ich mit der PowerShell arbeite. Die Verwaltung des Active Directory sollte Ihnen bekannt sein, dass Sie schon einmal mit der Konsole Active Directory Benutzer und Computer gearbeitet haben. Dann wäre es super, wenn Sie ein grundlegendes Verständnis der Serverinfrastruktur haben. Dass Sie ganz einfach wissen, okay, das ist jetzt ein Server. Bei einem Server verhält sich eine gewisse Einstellung so, bei einem Client eben wieder anders, dass Ihnen einfach das Grundverständnis für Serverinfrastrukturen bekannt ist. Also in diesem Kurs geht es um das Thema Active Directory Migration. Darüber werden wir uns detailliert unterhalten. Und ich kann Ihnen eines sagen, ich freue mich wahnsinnig darauf, dies mit Ihnen jetzt gleich anzupacken und zu besprechen. Also lassen Sie uns sofort beginnen.